Ja, hier ist dieses Tor, wo ich nicht weiter verkomme. Verkommen vor allen Dingen. Hier ist der alte Mann, der gestern ein bisschen sauer war, weil das alles nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Vielleicht habe ich mir hier auch nichts vorzustellen. Machen wir den. Biff. Keine Geister. Vielleicht ist das ja auch alles richtig so, ich weiß es nicht. Wir sollen ja wieder zurück zu, zum schwarzen Turm. Jetzt hole ich mir erst mal Geld. Geld! Alles Geld, meins? Ja. Ich habe doch hier, da. Oh, hier ist ja noch mehr Geld. Die hatte ich aber absorbiert. In so einer Situation hatte ich welche absorbiert. Da oben geht. Ja, genau. Da ist Futter. Da hat ein Bauarbeiter sein Arbeit, sein Frühstücksbrot vergessen. Würde ich sagen. Da sind noch mehr Geister. Da müssen wir gar nicht hin. Aber ist egal. Hier ist noch mal Frühstücksbrot. Ich glaube, ich kann auch was essen, ne? Ah, 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 ah. Jetzt bin ich voll. Oh, was haben wir denn hier? Habe ich das durch Zufall gefunden? Oh, nein, 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 nein. Aua. Oh, tot, 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 tot. Tot? Wir haben das Kodama gerettet. Wir haben das, den Kod, äh, wir haben es gerettet. Nehmen wir seine Kraft an uns. Ja, weil wir es gerettet haben, nehmen wir seine Kraft an uns. Ah, du gibst gern, ne? Ich esse mal was. Komm zu mir. Oh, schon 29 wieder. Ich habe doch da was gesehen. Hey, was ist da hier? Gibt es hier was? Die Musik, die kriegt man denn alles? Ich will hier irgendwo rauf. Da oben werden eben, meinetwegen. Wo sind die? Ah! Ich wollte doch nur gucken. Eigenäugig. Komm jetzt hier wieder raus. Jetzt steckst du hier drinnen. Und kommst nicht mehr weg. Ach so, ich könnte auch hier lang gehen. Oh Mann! Äh, da oben sind auch noch welche. Wir hatten doch hier oben einen, da. Komm mal hoch. Komm mal mit. Das hätte man auch vorher machen können, was ich gerade getan habe. Hier sieht es ja schon ganz brauchbar aus. Da ist ein großer, ein großer Haufen. Da wollte ich hin. Hopps. Hopps! Ich hopse gern. Ich glaube, hier habe ich schon beräumt. Nein! Kommt mit, Freunde! Da oben, ne? Okay. Da war schon das andere Suchgebiet. Hier kommen wir also wieder hin. Hallo, Hund! Hier sind noch mehr. Hier sind noch viel mehr. Da oben auch. Hier ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Katze. Das kann es nicht sein, da. Ich glaube, wir haben hier den Teller. Was das wohl ist? Ah, Teller! Da sind sie. Wollt ja nur gucken. So, dann haben wir noch das da. Missionen haben wir hier auch noch. Ich könnte auch mal gucken. Ich muss hier auch noch Statuen finden. Ich gucke gar nicht. Aber da haben wir schon mal eine. Hier hinter. Hier hinter. Da bin ich wohl zu fett zu. Hier sind auch noch mehr. Ist das eine Sashiki-Warashi? Sie muss in einem der Häuser sein. Aber ich höre ihre Stimme nicht mehr. Da sind wir wohl falsch. Ah, warum? Ein roter. Cool. Alles klar. Lass uns jetzt bloß nicht im Stich. Ja, das habe ich mir gedacht. Moment, suche ich aber nur was anderes. Ah, warum denn? Ich drücke. Ah, und dann sitzt du da und denkst, was ist jetzt los? Warum geht das nicht? Das sind Gefangene. Die ist hier drinnen. Sie muss irgendwo in diesem Haus sein. Ich hatte schon gescannt, ne? Die alte Dame meinte, wir sollen die Shio-Senbei in eine blaue Schale legen. Aha, was haben wir hier? Artikel Quantenverschränkung. Erstmal visualisiert. Dem Forscherteam gelang es zum ersten Mal in der Geschichte, das Phänomen der sogenannten Quantenverschränkung zu filmen. Dabei konnte bewiesen werden, dass zwei Partikel einen starken Einfluss aufeinander ausüben können. Dieser Befund könnte eine Revolution werden. Da oben ist die Schale. Was zur Hölle ist das? Ein Minivan! Ich gucke mich erstmal weiter unten um. Hier geht's ja... Ah, hier muss man wieder scannen, weil die Tür weg ist. Das fällt auch gar nicht auf. Ich gucke mal, was wir hier noch so finden. Das ist die Küche. Hier ist nichts weiter. Das ist hier ein Entwicklerteam. Kitchen Timer. Tango-Shan Kitchen Timer. Cool. Gibt's sowas wirklich? Ja. Manchmal ist das ärgerlich, wenn's die Sachen... Wiesen-Stage oder so. Ja, früher hatten die Fernseher so einen breiten, mächtigen Rahmen. Danke für die Kraft. Durch vereinte Kräfte. Hä, ich hab eine Errungenschaft gekriegt. Hab ich wo alle gesammelt oder was? Drei hab ich noch. Fertigkeiten. Das ist hier jetzt die letzte, die noch zu vergeben ist. Ich hab noch zehn Punkte. Und ich muss eigentlich nur noch... Hier ist alles hier rumskillen. Und das werde ich nicht... Weiß ich nicht, ob man das schafft. So, dann können wir wieder nach unten, würde ich sagen. Ich meinte das andere unten. Ich meinte das hier. Ja, muss ich mal aufmachen. So, dann ist das auch erledigt. Wir gucken gleich mal auf die Mappe. Ich hab grad 31 Minuten gelesen. Die wären aber schnell vergangen. Hier müssen wir noch was suchen. Ein mit Garn umwobener Ball. Aha. Aber erst... Ja, so eine doofe Trampelkuh. Alleine ist ja beherrschbar. Kommt mit mir, Freunde. 40 von 50. Hier ist die Welt zu Ende. Hier ist ein Laden. Hier ist noch was anderes. Jetzt bin ich da, wo ich hin muss. Hier soll der Garn umwobene Ball sein. Ich wollte grad stöhnen, weil das nicht geht. Nix gönnt man mir. Nicht mal ein Stöhnen. Ach, jetzt haben wir gleich Spaß. Hier ist der Ball, oder? Ist das der Ball? Das ist der Ball. Ja. Ich bin hängen geblieben. Der lädt sich nicht auf. So, mein Essen. Hey, ich hab doch eigentlich ein sehr großes Herz. Mein Ball. Ist schon ein richtiger Geierjäger? Geierjäger. So. Jetzt haben wir hier erstmal alles. Jetzt werde ich mich mal um diese kleinen Missionen kümmern. Und dann gehen wir nachher mal zum Turm zurück. Weil sonst weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Das Öl hab ich da nicht gefunden. Da musste ich bloß ein Schrein entsperren. Und das war's denn. Vielleicht musste das ja auch so sein. Ich weiß es nicht. Ich spiele das hier zum ersten Mal. Da oben ist eine Katze. Ich hab ne Katze gesehen. Katze? Da muss es sein? Katze? 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 Du kannst da stehen bleiben. Mit dir will sich keine Sau befassen. Ich will nur mal gucken. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht in das gefährliche Öfzeug abdrifte. Könnte sein, dass ich Geldgeil bin. Was haben wir denn hier? Ja, nun mach. Au. Alles okay? Was? Oh, viel weiter hätte ich nicht gehen dürfen. Ach stimmt, das waren ja die auf der Brücke. Ich brauchte eine Telefonzelle. So, macht man das. Ja, genau. Und das mach ich. Und das mach ich auch. Wo ist meine Markierung? Da soll ich hin. Ach, da, guck mal, was da ist. Guck mal, was hier ist. Und hier auch. Da auch. Haben wir mal ne Telefonzelle hier in der Nähe? Wo bin ich gerade? Ah, da am Ende der Straße. Da geh ich jetzt erstmal hin. Ich will die erstmal loswerden. Achso, was essen könnte ich auch. Sonst hab ich, glaub ich, alles. Äh, hier. Rein da. Leg ihn rauf. 197 über, 1000 übertragen. Cool. Gleich haben wir Spaß. Hier ist mal der Baum hier, ne? Lade dich einfach mal auf. So wie ich das will. Ah, die sind ja gleich weg. Ah, die kam nicht. Der bewegt sich da nicht, ne? Ja. Jetzt reicht's. Ah, mein Herr, ist das alles ein bisschen seltsam hier. Bisschen seltsam. Da sind noch mehr. Hätte ja sein können. Gehen wir da hin. Da ist ein grünes Auto. Das seh ich schon von hier. Da hol ich mir jetzt meine Teile. So, alles voll. So, jetzt haben wir das auch. Aber ich war immer noch nicht bei der Mission. Das ist ja ein komisches Auto. Hier sind ja noch Sachen. Warum sagt mir das keiner? Hier ist wieder ein roter Baum. Noch mehr rote Kirschblüten. Der Baum ist verderbt. Blutdurstige Wüsten, habe ich gelesen. Töne. Deshalb war ja klar. Zeig mal sehr klar. Zeig was sieiechörst. Ah! Scheiße hier. Ich hab keine mehr. Na nun mach doch mal hin, Junge. Dieses Rumgespiele mit deinen Dingen hier. Ist doch wahr. Ich brauche einen Laden, ich brauche Pfeile. Warum kann man nicht mehr wie 20? Das ist nie im Leben ausreichend. Manchmal sind es die 20 Pfeile, äh, die Pfeile überhaupt, die einem helfen. Ja, ich könnte noch mit dem Verlangsamere... Ich kann auch stundenlang, während alle auf mich eindreschen, in irgendwelchen Sachen rumwühlen. Ja. Ich sag ja, weniger ist manchmal mehr. Guck mal, wie schlecht mir das geht. Ich hab alles max, ne? Dann haben wir das hier auch erledigt. Okay. Hier oben ist noch eine. Die markiere ich mir jetzt. Nein. So, wollte ich machen. Ich wollte hier schon... ...gucken, ob hier noch was ist. Sonst fehlen hier immer noch Dinge. Da ist eine Katze. Komme ich da hier irgendwie hin? Oh, was... ...hampelst du denn immer? Ich meine, in der Perspektive... ...muss das nicht so toll und hundertprozentig schön aussehen, finde ich, weil... Hä? Warum kann ich das Geld nicht nehmen? Aber weiß auch keiner so genau. Ist mein Portemonnaie voll, oder was? Wäre das erste Mal, dass sowas passiert. Ich suche noch eine Schwebe-Katze. Da müssen wir hin. Ich gucke jetzt hier nochmal. Hier ist keine Katze. Also so ein Katzenladen, wo man Pfeile bekommt. Ja, ich werde hier jetzt mal da hinten hingehen. Ich melde mich in der nächsten Folge wieder, ne? Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch was. Dann melde ich mich gleich. Denn... ...bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Hallo! Vielen Dank.